Die lange Nase war Absicht. Ja, Bio. Es war eine Bio-Möhre, die er im Gesicht hat. Es sollte eine Bio-Möhre sein? Kinder, ihr kennt eure Vergangenheit nicht. Versteht ihr? Ja, 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 wer hatte dann die Idee? Also wir haben das ganz anders interpretiert. Als wir im Flugzeug waren, haben wir also immer so gesagt, also die Nase. Jetzt sind wir sehr gespannt. An der Nase des Mannes erkennt man seinen Johannes. Die Älteren wissen, was das heißt.